Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Last Story. Wir haben gerade die Zwillinge, Sesha und Zephyr oder was auch immer, besiegt oder geschwächt. Und ja, wir gehen jetzt durch dieses, ja eher gefährlich aussehende Tor. Dann mal los, Leute. Was uns da wohl erwarten wird? Ich bin gespannt. Ich mag Ladevorgänge nicht. Habe ich hier ja nicht oft genug erwähnt. Was? Das ist die andere Hälfte des Weltensamen, oder? Was ist das? Die andere Hälfte des Weltensamen. Ein anderer Outsider. Aber ich kann nichts von dieser Hälfte fühlen. Was ist das? Das ist die Hälfte des Weltensamen. Das ist nur ein Hälfte? Oh nein. Oh nein! Ja, schön. Mit Stille können wir das Vieh wirklich verwundbar machen, aber wir haben Mirania jedoch gar nicht dabei. Äh, Wächter-Bestie ist fremden, mhm, mhm. Oh! Ja. Was ist, was ist das denn? Ein Schadenskreis, okay. Ich habe jetzt aber nicht alles gelesen, was da stand. Das wollte ich dann doch gerne mal tun. So. Dem Fremden zugefügtes Leid hat sie rasend gemacht. Uiuiuiuiui. Okay, dieselbe Methode wie bei der anderen Wächter-Bestie, aber... Na, lässt du das mal? Wie fügen wir dem Vieh denn Stille zu, wenn wir Miranias Waldangriff gar nicht haben? Das ist ja eher... doof. Du machst dann erstmal verborgene Barriere und setzt in den Kampf erstmal fort. Ich hoffe, der Rest der Gruppe kommt schnell hoch. Weil sonst weiß ich... Hä? Stille? Wie haben wir denn das jetzt gemacht? Ist Mirania da? Jaaa, sie ist da. Super. Okay. Sorry to keep you waiting. We'll back you up. Now let's kick some ass. Oh, Mirania. Wie sie guckt. Geil. Das ist man von Mirania überhaupt nicht gewohnt. Okay, dann, äh, machen wir mal, ne? Hier, du machst stärke Abwehr. Ja, ja, mach mal. Berserker. Äh, du kannst grad gar nichts machen. Warum nicht? Hier komm, Inferno. Da. Und Wald. Ich will Stille und wir machen... Ups. Ja. Und wir machen jetzt noch... Hey! Genau den... Hallo? Ey, das hier hat uns schon dreimal umgehauen. Jetzt, komm schon. Komm her. Komm her, komm her. Ich krieg dich. Schubs mich nicht! Lass das! Oh Gott. Ich geh hier voll drauf. Da! Stopp, 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 stopp! Was? Was? Du kannst... Was kannst du? Mann, wie ich das wieder nicht mitgekriegt hab. Ach. Ich hab auch ne Weile nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal hier wieder einfinden. Heraufbeschwören. Okay, tu das. Was? Du machst Wald. Nein, nein, nein. Wiederbelebung. Genau, deswegen würde ich ja die Taktik mit anwenden. Hab ich gerade getan. Was? 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 Na, jetzt zwei. Jetzt geht's rund, ne? Was ist das? 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 Oh Mann, ich gehe hier voll drauf. Verdammt. Wie ich mal wieder nicht auf mich achte. Ja, gebt alles und liegt nicht so am Boden rum. Ja, genau. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Da habe ich mal ein, zwei Wochen nicht gespielt und dann kommt so eine Bombe hier. Ich glaube es nicht. Ja, ich nehme immer bei The Last Story sehr viel im Voraus auf, weil ich nicht aufhören kann zu spielen, aber dann dauert es ewig, bis ich weiterspiele. Oh je. Oh je. Oh je. Nicht vergessen. Und wir dürfen das Ganze von vorne machen. Okay. Okay, wir sind wieder alleine. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Okay. Ja. Ja, stille für uns. Ja. Ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht in die Blitze rennen, Zil. Nicht in die Blitze rennen. Nicht in die Blitze rennen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du gehst runter! So. Jetzt komm doch mal her, du Vieh. La, la, la. Das ging doch gerade auch. Ich bin an das Vieh rangegangen und auf einmal hatte es Stille. Wow, so wie jetzt. Okay. Da sind die Leute. Komm, spur mal vor. Das kennen wir ja. Ja, mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Ja, da sagst du was. So, mit Mirania heilen wir mal rum. So, dann macht Berserker. Sie macht gerade gar nichts. Hier, Inferno und Genesung. Genesung können wir hier gut gebrauchen, weil wir schon wieder am Boden waren. Jetzt fliegt doch nicht wieder hoch. Komm, Calista, sag deinen Satz. Sag, dass du die Wächterbestie beschwören kannst. Oder wir, äh, entnehmen ihn nochmal den Zauber. Machen ihn also stumm. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Du machst mal Eissturm einfach. Äh, Genesung finde ich gut. Inferno. Zack. Und Wald. Zack. Komm, Mirania. Los, 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 los. Da hinten. Komm ich da ran? Äh, ja. Nee, nicht ganz. Da muss ich doch ein bisschen näher ran. So, jetzt mach. Und auch noch Abwehrbruch. So, komm her, du Vieh. Nein, hau mich niss. Ja, das machen wir gleich, Schätzchen. Solange er noch hier am Boden rumkraut. Ja, ja. Gleich. Moment. Nein, 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 nein. Lass das. Lass mich dich vernünftig angreifen. Ja. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Okay, dann Kraftschlag. Obwohl, Cell könnte vielleicht mal beschleunigen. Du machst Kette verstärken. Berserker. Heraufbeschwörung. Ja. Inferno. Wiederbelebung. So. Beschleunigt. Wiederbelebung finde ich super. Super, 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 super. Aber das mit der Beschleunigung war wohl nicht so gut. Wollen wir das nochmal sehen? Ja. Oh, das sah so cool aus. Ich möchte das nochmal sehen. Was AP då. Gut. Sehr. Ja. Ja. llein. Die. Ja. Okay, das können wir vorspulen. Ja, ich wollte nur das gucken, was awesome aussah. Ja, ich auch nicht. Jetzt haut er nicht dauernd ab! So, ich möchte... Ah ja, genau, genau, genau. Boah, ey, langsam mag ich dieses Vieh nicht. Ja, gemocht habe ich es, glaube ich, noch nie. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach nee, doch nicht, okay. So, jetzt. Ähm, Sturm. Haben wir hier irgendwo einen Heilkreis? Das wäre vermoß. Natürlich nicht. Oder? Hier hinten? Nee. Okay, dann machst du... Äh, Kette verstärken. Gletscher? Ja, komm, mach mal deine Spezialtechnik. Verborgene Barriere, bitte. Halt! Meteor! Komm, wir holen jetzt alles raus. Genesung. Genesung. Genesung.